Moin Leute und ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Ja, der 16. Spieltag in der Bundesliga steht an. Es ist eine englische Woche. Ich versuche mich ein bisschen kürzer zu halten. Ich habe auch nicht ganz so viel Zeit und ihr habt wahrscheinlich unter der Woche auch nicht ganz so viel Zeit wie am Wochenende. Deswegen starten wir schnell rein. Spiel Nummer 1, Stuttgart gegen Bayern. Das findet schon am Dienstag, also heute um 18.30 Uhr statt. Ein frühes Spiel, also wird auf Sky übertragen. Und es ist meiner Meinung nach ein durchaus interessantes Spiel. Ja, der FC Bayern ist natürlich wie immer haushoher Favorit, aber der VfB Stuttgart hat sich in den letzten Jahren eigentlich immer, vor allem zu Hause, gegen die Bayern ganz gut geschlagen. Klar, das war dann immer noch unter ein bisschen anderen Voraussetzungen, aber der VfB hat auch eine breite Brust. Durch den Sieg gegen den VfL Wolfsburg zuletzt kann man, glaube ich, Stuttgart zumindest zutrauen, dass sie es den Bayern ein bisschen schwer machen. Und dementsprechend habe ich auch eine gewisse Vorfreude auf dieses Spiel. Ein bisschen niedriger ist die Vorfreude dann beim nächsten Spiel. Das ist Arminia Bielefeld gegen den VfL Bochum. Das findet dann am Dienstag um 20.30 Uhr statt. Platz 17 gegen Platz 10. Warum ist die Vorfreude ein bisschen niedriger? Ja, ich muss sagen, Bielefeld in dieser Saison ist mit die unattraktivste Mannschaft, was vor allem das Fußballerische angeht. Klar, der Verein an sich, der trägt zu Recht einige Lorbeeren, aber wie gesagt, fußballerisch. Man kann es ihnen auch nicht so richtig vorwerfen. Ja, es ist schwer, eine Truppe aus Feld zu bekommen. Die finanziellen Möglichkeiten sind eben kompliziert, aber ich finde, 1, 2, 3 individuell gute Spiele hat man doch schon und dafür ist das dann häufig nach vorne eigentlich zu wenig. Und ja, der VfL Bochum hat ja zuletzt gegen Dortmund 1-1 gespielt, davor auswärts auch mal gewonnen. Bochum geht meiner Meinung nach dementsprechend sogar als leichter Favorit mit rein in dieses Spiel. Wird wahrscheinlich relativ ausgeglichen, dass es ein Fußball leckerbissen wird. Davon kann man nicht ausgehen, aber es ist zumindest, ja, von der Distanz her, Kilometeranzahl, nicht so weit entfernt. Vielleicht wird es ja ein bisschen hitzig. Spiel Nummer 3, auch am Dienstag um 20.30 Uhr VfL Wolfsburg gegen Köln. Und das finde ich vor allem interessant, ja, warum ist das Barometer da ein bisschen höher? Ich finde es spannend, wie wird der VfL Wolfsburg auf die Pleite gegen Stuttgart reagieren, wo man auch fußballerisch wirklich echt so gut wie gar nichts hat zeigen können. Und der 1. FC Köln muss jetzt mittlerweile auch liefern, ja, 12. Tabellenplatz ist für den 1. FC Köln grundsätzlich in Ordnung. Aber die Niederlage zuletzt gegen den FC Augsburg. Und Baumgart hatte gesagt, er fand eigentlich, dass Köln deutlich besser war als Augsburg. Ich fand es ein relativ ausgeglichenes Spiel. Also ich fand Augsburg da, über Augsburg kommen wir später noch hin. Aber Köln muss einfach jetzt auch abliefern. Und das immer dann schön zu reden und zu sagen, ja, war eigentlich gut. Aber wenn du zu Hause 0-2 gegen Augsburg verlierst, dann hast du nicht so viele Argumente auf deiner Seite. Spiel Nummer 4. Mainz gegen Hertha. Und ja, da sinkt meine Vorfreude in den negativen Bereich. Wird vielleicht beiden Mannschaften auch nicht gerecht. Aber wenn ich mir diese Partie so angucke und mir, ja, diese Namen auf dem Zettel vor Augen führe. Mainz gegen Hertha. So viel erwarte ich da jetzt erstmal nicht. Also ich glaube zwar nicht, dass man enttäuscht wird, weil man eben nicht so viel erwartet. Von Hertha unter Korkut. Ja, ist es schon ein bisschen besser geworden. Ein bisschen freue ich mich tatsächlich auf Jovitic. Der hat ja gut mit Belfodil harmoniert. Und ja, Mainz hat sich in München extrem gut geschlagen. Davor das Spiel gegen Wolfsburg war auch sehr gut. Von daher, ja, aber so richtig mega heiß kann ich einfach nicht auf dieses Spiel sein. Ich weiß nicht so ganz, woran das liegt. Es könnte eine positive Überraschung werden, der Spieltag, sage ich mal so. Was dann am Mittwoch um 18.30 Uhr losgeht und wo ihr seht, da schlägt das Vorfreude-Barometer richtig hoch. Gladbach gegen Frankfurt. Platz 13 gegen Platz 9 klingt eigentlich wie ein komplett uninteressantes Mittelfeld-Duell. Aber, ja, es ist Adi Hütter gegen seine alte Mannschaft mit Borussia Mönchengladbach in einem ultraheftigen. Und ja, ich muss dieses Wort benutzen, auch wenn es irgendwie vielleicht nicht ganz angebracht ist. Aber was für ein Formtief kann man haben? Borussia Mönchengladbach, unglaublich übel. Da läuft nichts zusammen. Gegen Leipzig kassiert, zu Hause gegen Freiburg, da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Davor auch bei Köln 4-1 verloren. Es ist, ja, es wird richtungsweisend sein. Und ja, Hütter hat eine ordentliche Ablöse gekostet. Aber wenn man das Spiel verliert und dann am Wochenende vielleicht noch, ja, dann wird es schwer für Hütter, noch mit in die Rückrunde zu gehen. Mit Borussia Mönchengladbach. Und Frankfurt, ja, die finden aktuell zu alter Stärke zurück mit hoher Intensität. Und über diese Intensität schaffen sie es dann auch, spielerische Qualitäten, die sie auf jeden Fall haben, aufs Feld zu bringen. Und von daher, Frankfurt macht Spaß. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Und dennoch muss man sagen, Gladbach zu Hause darf man auch nicht unterschätzen. Und jetzt muss eine Reaktion kommen. Ansonsten ist ja tatsächlich für Hütter wahrscheinlich bald Schluss. Nächstes Spiel, Mittwoch um 20.30 Uhr, Leverkusen gegen Hoffenheim. Platz 3 gegen Platz 4, also schon durchaus ein Top-Spiel. Leverkusen hat echt enttäuscht gegen Frankfurt zuletzt. Hoffenheim hingegen, ja, 2-1 bei Freiburg gewonnen. Muss man auch erstmal so machen. Und Hoffenheim, ja, steht zwar am Platz noch drunter. Aber, und das muss man mal sagen über Hoffenheim, dass man das überhaupt mal sagt, spielt jetzt doch mittlerweile eine grundsolide Saison. Und das ist wirklich positiv. Leverkusen hat jetzt gegen Frankfurt diesen Ausschlag nach unten gehabt. Es wird aber auf jeden Fall interessant zu sehen sein. Wer wird hier jetzt seine Philosophie irgendwie wieder auf den Platz bekommen? Deswegen, ich bin sehr gespannt und freue mich auch auf dieses Spiel tatsächlich. Auch wenn es, ja, doch, könnte, glaube ich, ganz spannend werden. Dann, Spiel Nummer 7, Borussia Dortmund gegen Goethe Fürth. Und, ja, da bin ich vor allem gespannt, weil ich von Borussia Dortmund drei Spieler bei Kickbase habe. Keine, also, Werbung, ja, aber unbezahlte Werbung. Ich bin da in einer Kickbase-Runde drin. Da habe ich Reus, Bellingham und Haaland. Und von denen erhoffe ich mir ein bisschen was. Und, ja, der Hochmut wird wahrscheinlich vor dem Fall kommen. Und Fürth wird wahrscheinlich ein richtig gutes, klasse Spiel machen. Zuletzt ja auch gewonnen, das erste Mal zu Hause, überhaupt in der Bundesliga-Hysterie. Das erste Mal in dieser Saison überhaupt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und, ja, deswegen wird Fürth da wahrscheinlich tatsächlich sogar relativ locker auftreten können. Und vielleicht hilft das ja. Zum Beispiel auswärts in Leipzig war Fürth jetzt nicht so unterlegen. Aber gut, Dortmund muss auch eine Reaktion zeigen nach dem 1 zu 1 in Bochum. Von daher, die Vorzeichen sind klar. Platz 2 gegen Platz 18. Aber, ja, man weiß ja nie. Dann das vorletzte Spiel. Union Berlin gegen den SC Freiburg. Platz 6 gegen Platz 5. Eigentlich auch ein Top-Spiel. Aber, man merkt bei beiden Mannschaften, finde ich, deswegen ist da die Vorfreude auch nicht ganz so hoch, dass doch die Luft nach einer langen Hinrunde vom Gefühl her mittlerweile ein bisschen raus ist. Bei Freiburg würde ich es vielleicht nicht mal so sagen. Die haben auch nicht die Doppel- oder Dreifachbelastung. Bei Union muss man sagen, das Spiel gegen Prag vor einer Woche oder letzte Woche Donnerstag, das war schon eher mittelmäßig. Dann bei Fürth verlieren, auch so uninspiriert teilweise, das fand ich schon eklatant. Also, man muss jetzt natürlich noch lange, da bin ich weit entfernt von, zu sagen, das wäre jetzt eine Katastrophe für Union. Und die schlagen ja auch immer gerne wieder zurück. Aber, naja, ich weiß nicht, ob man von beiden Mannschaften und vor allem von Union jetzt in der Hinrunde noch viel erwarten kann. Gut, und dann schlagen sie wahrscheinlich wieder zurück. Zu Hause sind sie ja sowieso über jeden Zweifel erhaben. Mal schauen. Also, es ist auch nicht super uninteressantes Spiel. Die Vorzeichen sprechen aber nicht dafür, dass es jetzt ein Fußballspektakel wird. Und das letzte Spiel, ja, und tut mir vielleicht ein bisschen leid, aber da kommt gar keine Vorfreude bei mir auf. Augsburg gegen Leipzig, auch wenn Augsburg, ja, gegen Köln einen ordentlichen Auftritt hatte und Leipzig auch mal wieder gut war, gegen Gladbach unter Tedesco vielleicht, ja, erstarken sie jetzt wieder. Aber auch da, ich glaube, wenn das in der Konferenz dann geschaltet wird am Mittwoch, dann wird bei mir nicht gerade die Begeisterung hochschnellen. Ja, aber das soll es kurz gewesen sein, ungefähr zehn Minuten. Ich hoffe, euch geht es gut. Viel Spaß bei der Bundesliga und wir hören uns in Kürze wieder. Schöne Weihnachtszeit noch weiterhin. Bleibt gesund und ciao.